Ne doch, jetzt alles sofort mit dem Ton. Ich mach mal hier erstmal ein bisschen lauter. Müsste aber eigentlich alles sofort funktionieren, ohne Probleme. So, Patrick, ich grüße dich, hi. Oh, oh, da bin ich wieder. Hi, na, alles gut bei dir. Ich wusste jetzt, jetzt, klar, jetzt weiß ich, der Patrick. Ich hab dich jetzt an der Stimme jetzt erst erkannt, weil die sind manchmal ein paar Patrickse, blick ich da nicht auch ganz durch. Also, der Fuchs, der Fuchs. Prima, was ist los bei dir? Was ist passiert? Ja, also, ich hab ja mein K2 bekommen. Ja. Und da ich ja, da hier in der Nähe so einen kleinen Laden gibt, so, wo Antiquitäten gibt und am Fenster die Puppe war, die hab ich auch Discord reingesetzt. Okay. Da bin ich ran und mit dem K2 und hat ausgeschlagen bis auf drei, dauerhaft. Okay. Daneben ist auch noch eine Holzschnittsfigur. Ja. Und da ist halt schwierig, von woher das kommt, weil Holz ist ja, wie du schon sagtest, auch quasi das, was drinne, ne? Ja, es ist Energie halt, Leben noch irgendwie drin. Ja. Okay. Und das Witzigste ist noch, ich war da letzt dran, da war das Signal weg. Ja. Nochmal. Und dann auf einmal kam es sofort wieder. Okay. Ich hab dann halt gefragt. Ist ein bisschen jetzt ein paar Nadien, klingt durch die Scheibe, ne? Kannst du bis vier ausschlagen lassen? Ich zähle und dann hab ich wirklich gezählt und es ging wirklich bis vier. Also, es war richtig krass. Okay. Okay. Ja. Wo hast du, äh, äh, wo hast du das Bild reingepackt auf dem Server? In welche Rubrik hast du das reingepackt? Hm, Moment, Moment, das war, da muss ich jetzt mal selbst gucken gerade, äh, das war. Ich guck mal eben, jetzt kann ich das mal eben zeigen. Trigger-Objekte war das. Ah, okay, mein Trigger-Objekte. Ich guck mal eben. Genau. Da ist schon so groß geworden, äh, Trigger-Objekte, Trigger-Trigger. Wollen wir schon so viele Dinger da drin? Ich muss selber mal schon ganz kurz gucken. Ja, ich bin gleich ganz unten. Ganz unten bin ich. Ah, okay. Ah, nein, 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 nein. Wollen wir denn hier? Trigger, Trigger, Trigger. Der Server ist schon so gewachsen. Ich muss selber schon mittlerweile gucken, dass ich hier, äh, Trigger, Trigger, Trigger finde. Ah, äh, Jahre später habe ich auf dem eigenen Server mal die Rubrik gefunden. Unfassbar. Unfassbar. Ah, Nahtod, EVP, Geist, Engel, Pendeln, Pontane, Ritual, Ticone, die ganze Zeit, will keine Trigger in der Teamverstellung, Themenverschläge, allgemein Fragen. Ey, denkst du, ich finde jetzt gerade die Rubrik Trigger-Objekte, wie geil ist das denn? Alles rund um Gwitscha und Co. Ah, okay, das ist ja schon geil, ne? Okay. Das Zehnder, Hashtag, von oben. Wie geil ist das denn? Das ist bei mir, ich sehe das gar nicht. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Sehe ich nicht. Gibt's bei mir nicht. Deswegen wundere ich mich schon hier. Ah, warte mal. Ah, okay, gefunden. Ach, geil einfach. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Ah, jetzt habe ich es. Lost, lost, lost sein Bruder. Lost sein Sohn. Oh, die sieht aber auch so ein bisschen nach Shellac aus, ne? Ich mache die mal drüben, ich mache die mal drüben, drüben auf. Sieht so ein bisschen so nach Shellac aus, ne? Also Shellac ist so diese, 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 die Form, woraus die hergestellt ist. Es war auch schon was älter, ne? Ja, ja. Okay. Und die hat auch, ähm, ähm, sieht schon so aus, als wäre sie schon mal runtergefallen oder geschmissen worden, weil die an der Wange. Ja, sieht man hier an der Seite. Das sind so richtig Risse drinnen. Mhm. Könnte schon sein, dass die auch geklebt worden ist schon einmal. Mhm. Na. Okay. Hast du die jetzt zu Hause? Habe ich das jetzt? Nein, nein, nein. Gar nicht. Die habe ich noch nicht zu Hause. Okay. Okay. Der Besitzer da ist derzeit krank und. Ah, okay. Aber interessant, dass das dann da ausschlägt. Da muss ja irgendwas, das ist so spätestens. Spannend, bei Puppen ist immer so ein Phänomen meistens irgendwie, ne? Ja. Weil da kann ja nichts drin sein, ne? Da ist ja nichts dran, was das Gerät, ähm, ausschlagen kann. Ausschlagen könnte, ne? Ja. Es ist auch schon. Daneben ist halt, daneben ist halt noch eine Holzfigur, die habe ich aber gerade nicht drin. Okay. Aber das Bild hätte ich. Und das ist, dahinter ist so eine Marmorfigur oder sowas, ne? Genau, die lehnt sich quasi dran. Ah, ist da, ist hier vorne so eine Fensterscheibe vor? Genau, das ist so ein Laden quasi. Ah, okay. Und er hat halt drei Fenster und ich war halt auch am anderen Fenster und da war das Signal eben nicht da. Okay. Ja, das war interessant. Also, wenn er auf hat, solltest du dann mal einfach mal so, hallo, mit dem Gerät da mal rumlaufen. Das ist ja schon ganz cool. Hallo. Ich wollte mal gucken, welche Sachen spannend sind hier bei Eden. Ah, das wäre ja mal, wäre ja mal nice. Ja, ich war ja schon mal drinnen, aber ohne Gerät. Da war es noch nicht da. Das habe ich jetzt ja auch erst vor kurzem bekommen. Ja, aber kommt klar mit, ne? Ist ja eigentlich selbst erklärt, ne? Ja, ich habe ja auch schon hier eine Ghosthumber-Gruppe. Ja, cool. Das ist ein Stückchen in Sachsen. Ja, cool. Die eine, die ist echt lost, sag ich so. Wieso? Die ist auch lost. Die haben K2 an Handy gehalten und haben gesagt, das ist hier Strom, obwohl das mit dem Empfang zu tun hat. Ah, okay, dann sollen sie vielleicht ein Strom-Mess-Gerät mal kaufen. Erst sollte ich hier mitgehen und Itze hieß es da angeblich, nein, du darfst nicht mit, du passt nicht in unsere Memos, wo ich das geschrieben habe. Das hat was mit dem Empfang zu tun, mit dem Handy, mit K2. Vielleicht, weil du mehr weißt wie sie? Ist das möglich? Naja, das denke ich auch, aber ich bin froh, dass ich raus bin, dass sie mich wieder rausgeschmissen haben und die andere Gruppe, die machen das auch, das ist auch Hobby und mit denen komme ich sehr gut klar und auch mit mir. Ja, das muss ja mit denen auch klarkommen. Fein ding erkennst du meistens dann die dran, die dann in K2 in der Hand halten und auf der anderen Seite haben sie dann eine Handy-App laufen und wundern sich, boah, wir haben die ganze Zeit Ausschläge, wie geil die ganze Zeit. Guck mal hier, da ist jemand. Ja, das Witzigste ist noch, die haben ja eine Homepage und haben einiges von anderen Webseiten runterkopiert. Nein. Doch. Okay, aber nur keinen Namen bitte nennen, Patrick, ne? Keine Namen nennen, ne? Nein. Wie, warte, warte mal, wie, die haben von anderen Webseiten da drunter kopiert? Ja, ja. Die Texte oder was? Ja, ja, ein Stück Text, das sieht man auch direkt, ne? Boah, wie scheiße ist das denn? Ah, das ist... Habe ich natürlich gemeldet, ne? Das ist ja krass. Also, sie sind zu faul, aber das ist ja genau das, was das Schreckliche ist, weil sie zu faul dann noch sich selber mit zu beschäftigen und das sind richtige Profis, schreibst du mit dir, die richtigen Vollprofis. Ah, die haben es ja... Haben auch, haben waren auf dem Friedhof, haben halt so eine Vollspektrum-Kamera gemacht und haben halt angeblich einen Orb gesehen, wo ich dann halt sage, könnte Staubkorn sein. Ja, könnte aber Dreck sein. Nur weil die sehen, außenrum so ein Kranz, so eine Ausstrahlung, ist vielleicht ein Orb. Ja, kann auch ein Tier sein, ne? Nachtsessen, gerade wenn du Licht hast, da fliegen tausend Viecher durch die Gegend. Also die Wahrscheinlichkeit, also da muss es wirklich schon wirklich richtig... der perfekte, die perfekte Nacht sein. So, wenn ich gesagt habe, vielleicht war es eine Ente, die da flog oder so. Naja. Aber das ist ja, das Problem ist ja immer, was ich ja immer finde, Patrick, bei den meisten ist es ja immer, erzählen können sie immer ganz, ganz viel, was sie alle schon gemacht haben und wie toll sie doch alle sind. Aber wenn dann in die Praxis das übergeht, weißt du, dann sind sie meistens alle nur so, ja, ich habe mal gehört, das, ich habe mal gehört. Wie kommen wir das so rum? Ich sage mal so, ich habe auch keine Erfahrung, ne? Ja, die sammelt man ja, ne? Aber da ich ja deinen Stream angucke und auch einige andere angeguckt habe, ich tue halt auch vergleichen gerne, ne? Da gibt es halt die Sorte, die das machen, die Ghosthanding, da gibt es die Sorte, die Sorte, die Sorte, die Sorte. Ja, klar. Da gucke ich halt alle an und jeder erzählt was anderes. Das ist super schwierig. Ja. Ja, das ist super schwer. Und durch dich, ne? Merkt man schon, was auch echt war und was nicht echt war, ne? Ja, und vor allen Dingen das Wichtige ist ja, Patrick, wenn du bei manchen Teams dann guckst, die sind dann schon zwei Jahre dabei, dann steht da gegründet 2020 und dann, wir treffen uns einmal im Monat. Ja. Dann haben sie sich nur 24 Mal nur getroffen in zwei Jahren. Das ist das Ding halt, ne? Ja. Die eine Gruppe, die hat, macht das auch seit zwei Jahren, die haben auch eine Homepage und die Homepage, die ist in den Jahren überhaupt nicht gewachsen. Selbst auf YouTube nur ein, zwei Videos hochgeladen von ihrer ersten Sitzung und haben nichts gemacht. In zwei Jahren. In zwei Jahren. Und sagen, haben Erfahrung. Das sind halt die Profis. Das sind halt die Profis, aber da sind dann die Profis, die ich dann manchmal hier habe, die mir dann erzählen wollen, wie es wirklich geht. Und da kriege ich dann immer ein Horn. Ich hatte immer ein Horn. Wo du dann zu hören bekommst, wo du gar keinen Plan davon hast. Warte mal, Kollegen, ihr habt in zwei Jahren eine Sitzung gehalten. Was wollt ihr denn da jetzt sagen, ne? Also es ist schon, da kann man... Ich finde es gut, dass sie mich rausgeschmissen haben. Dann zeigt mir das, dass sie überhaupt keine Erfahrung haben. Ja. Ja, das ist... Ich sage mal so, alle müssen irgendwann mal lernen. Ja, alle müssen wir mal überall lernen. Aber das Wichtige finde ich halt immer noch, dass du deine Fehler erkennst. Wenn einer sagt, pass mal auf, das ist total falsch, dass ich mir das anhöre. Ja, ich höre es mir dann an. Und dann überlege ich, ist es vielleicht wirklich falsch oder ist es nur ein Informationsfehler, den ich bekommen habe. Und dann fängt bei mir eigentlich das an, dass ich überprüfe und recherchiere. Und wenn ich dann durch ganz viele verlässliche Quellen und dann nicht irgendwie Timo elf Jahre meine Geistererfahrungen lese, dann ist es dann schon eigentlich ganz gut, ne? Ist bei mir auch so. Also ich recherchiere auch generell zurzeit viel, ob es was echt ist, was nicht echt ist. Das ist aber auch schwer, Patrick, die Wahrheit zu finden. Es ist schwer, aber man kommt immer zu einem Punkt. Da gab es doch dieses Zitat, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Ja. Du musst es nur finden. Ich finde das voll schwierig. Ich finde das auch manchmal super schwierig. Super, super schwierig. Also ich werde auf alle Fälle die Puppe mal holen und weitere Untersuchungen machen. Ja, aber Preis weißt du nicht, was die kostet, ne? Ne, aktuell nicht, ne, ne. Ah, vielleicht hast du, ich denke mal, wenn du Glück hast, 40. Wenn du Pech hast, nimmt der 70, 80. Aber dann ist die Frage, ist sie das wert, weißt du? Ja. Das ist immer. Also ich würde die einfach schnappen, sag mal, hör mal hier, Verkäufer, kannst du mal eben weggucken? Ich will mich mit der Puppe mal auseinandersetzen. Ne, 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 ne. Dann wäre es bitte was. Ich würde einfach mal wirklich die angucken und dann ... Mal leihen. Mal ausleihen, mal für ein, zwei Tage. Kennst du den Besitzer denn? Ne, ne, kenne ich nicht. Okay. Kenne ich nicht. Ja, ich würde die einfach mal von diesem Platz wegnehmen, ob du dir die mal anschauen kannst und dann einfach mal schnell Gerät dran und dann mal gucken vielleicht. Hast du mal mit Google-Lens geguckt, ob du da was findest? Habe ich noch nicht geguckt, ne. Mach ich mal. Ich mach das mal eben. Ich mach mal ein Google-Lens-Bild. Vielleicht finden wir eine ähnliche. Warte mal. Okay, mal gucken, ob man was findet. Augenähnlich. Augenähnlich. Könnte. Also mit Google-Lens findet man dann halt ... Ich kenn das. ... solche Sachen halt, ne. Finde ich ganz spannend. Aber genau die kamen ... Ist jetzt ... Nee, die sind alle ähnlich, aber nicht diese. Ist jetzt die Frage. So, auf jeden Fall denke ich, ist so eine Vintage-Puppe, so eine Vintage-Doll. Ähm ... Ja, die Finger sind ja auch sozusagen geklebt. Schildkröte denke ich jetzt halt nicht. Schildkröte denke ich jetzt, glaube ich, nicht. Aber schwierig. Ja, weil Schildkröte hat meistens auch immer diese angeklebt, äh, diese, diese Haare oben, die künstlichen Haare, die mit in den Kopf integriert sind, die in den Kopf reingemacht sind. Kann ich halt nicht sagen, ob die künstlich sind, ne. Das kann man ... Ja, also ich meine halt, weißt du, so künstlich meine ich, das sieht so aus, als wenn die Haare aus dem Kopf ... Also, es sind keine echten Haare. Das sieht einfach nur ... Ich zeige das mal. Ähm, wo habe ich denn hier so eine Schildkröte? Ich mache das mal auf. Ja. Ähm ... Na, will er mich nicht aufmachen lassen. Im Grunde wie Püpi hinten. Die hat auch keine richtigen Haare. Äh, das sieht ... Die, die Kopfform ... Äh, hier kann man das sehen. Die Kopfform ist so ein bisschen ... Ähm ... Ja, das ist schwierig mit der Kamera, mit dem Licht immer. Die Haare sind dann so plastiktechnisch irgendwie. Sehen aus, als wenn die so aus dem Kopf raus sind, durch Plastik irgendwie. Weiß nicht, wie man das nennt. Aber das, aber da wäre auf jeden Fall mal interessant, ob du da irgendwie dann ... Vielleicht dann immer noch deine Ausschläge hast, oder ob das vielleicht durch irgendwas anderes kommt. Einfach mal rein, sofort reinrennen, Patrick, und gucken. Und sofort auschecken. Auf alle Fälle durch das auschecken, weil das interessiert mich auch. Und ich würde dir das auch dann zukommen lassen. Bitte was? Ich würde dir das auch zukommen lassen. Untersuch du erst mal. Erst mal du untersuchen. Ja. Das ist deine Erfahrung. Deine Erfahrung. Dein Wissen, womit du dich dann auseinandersetzt. Und auch so mal würde ich in meinen Antiklern mal durchwöhnen. Finde ich mal voll spannend. Ja. Artikel in sich. Ja, der Verkauf der generell so altes Sagen. Ich finde das auch krass. Ja. Und immer das Wichtige ist, was du machen musst, fragen, was hat ... Können Sie die Geschichte mir erzählen? Das habe ich im Hinterkopf drin. Wissen Sie die Geschichte, wer die verkauft hat oder so? Das finde ich halt das Spannende, so diesen Background davon. Vielleicht sagt der ja hier, der hat eine ältere Dame abgegeben, die war froh, dass sie die los war oder irgendwie. Möglich. Einfach mal ausprobieren. Bin gespannt, was du dann berichtest, wenn du sie dann hast. Das Lustigste ist ja, wenn ich immer daran vorbeilaufe, fühle ich mich auch schon unwohl. Okay. Hat ja nichts unbedingt mit dir zu tun. Könnte sein, muss aber nicht. Ja, könnte sein, muss aber nicht. So eine schwere Last. Vielleicht ist es ja noch nicht mal die Puppe. Vielleicht ist es ja was anderes in dem Laden und dass die Puppe die Aufmerksamkeit erregen soll, damit du da reingehst. Es könnte auch die Schnitzerei sein, die ich noch habe, aber ich kriege die gerade nicht. Oder ein alter Spiegel oder sowas, der vielleicht da ist. Wenn du überlegst, so ein alter Waschspiegel von früher, wo diese Porzellangefäße drunter waren, wo man sich früher gewaschen hat. Die Spiegel haben auch eine Menge gesehen. Heilt uns auf dem Laufenden, du. Heilt uns auf dem Laufenden. Berichte euch dann. Ich könnte jetzt eigentlich noch das andere Bild mit reinsetzen. Hast du ja, mach mal. Mach mal. Die Schnitzfigur, Moment, das dauert gerade ein bisschen. Einmal hier, einmal hier. So, macht mal eben noch ein Bild rein. Bin mal gespannt, was jetzt noch kommt. Ja, oder die Statue, ne? Könnte es auch halt sein, schreibt Serentine. Das ist halt immer die Frage. Bei Statuen, solche großen, kräftigen Statuen, weißt du auch nie, was da drin ist, ne? Ja, ist drin. Okay, warte, ich mach's auch mal auf. Das sieht aus, weißt du an, was ich da dran denken muss? A New World. An das Spiel New World. Das scheint, das ist Stein oder was ist das? Das ist Holz. Holz, okay. Das kann ich sagen, das hab ich schon erkannt. Ich frage mich aber, was, 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 soll das ein Handwerker sein? Auf jeden Fall eine Arbeitsschürze, glaube ich, ne? Sieht aus wie eine Arbeitsschürze. Könnte auch ein Schnipfer sein, ne? Ja, ja, könnte auch sein. Ist schlecht zu sagen. Könnte auch sein. Dass vielleicht auch die Energie von innen kommt, ne? Das kann man halt nicht so direkt sagen. Möglich, ne? Ah, das ist immer in solchen Läden, kann es immer so viel sein, ne? Das kann immer so viel sein in den Läden. Ja. Dem so viele alte Sachen. Könnte sogar das Bild mit der Katze im Hintergrund sein. Das kann alles sein. Du weißt ja nicht, wer das gemalt hat, wer es erschaffen hat. Ah, so Läden finde ich voll spannend. Ich liebe so Antiquitätengeschäfte. Ich finde die immer mega, mega interessant. Der hat halt mehr auch immer. Ja. Einfach rein, 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 rein. Und dann untersuchen. Ich sage ihm doch ganz ehrlich, was du machst. Du untersuchst einfach so geschichtliche Gegenstände. Die untersuchst du und beschäftigst dich so ein bisschen mit der Geschichte des Ganzen, um einfach zu gucken, ob vielleicht irgendwelche spannenden Themen damit in Verbindung stehen. Ob vielleicht irgendwie, die eine gute Energie halt für dich haben. Ich würde das so erklären. Du hast Gegenstände, die eine gute Energie haben. Ich muss meiner Frau noch beibringen. Ja. Aber du, Schatz, pass mal auf. Ja, meine Frau ist da. Meine Frau ist da ein bisschen zurückhaltend. Vielleicht haben die da auch irgendwie einen Strauß Blumen oder so. Nee, nicht. Da fragst du mal nach. Ja, Blumen mag sie nicht. Wie, weil echt nicht? Die mag keine Blumen, deine Frau? Nee, zu viel Arbeit. Zu viel, die Blumen, zu gießen? Ja. Okay, dann. Nee, ihr gehen sie auch ein und wir haben eine Wohnung hier kaum, Fensterbrett und so weiter. Kaktus, Kaktus. Kakteen geht immer. Ich lasse mir da schon was ein. Oder hier Plastik lese ich gerade auf. Ach, irgendwie, ach, das geht schon. Ja, nee. Sagt einfach, das ist für ein längerfristiges Projekt für dich und für dein Hobby. Und dann, sag dann, irgendwie geht das schon. Kriegst du schon hinpackt. Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall gibt es noch mehr. Bei der Bubbe hinten ist noch so ein alter Schrank, den man sehen kann. So eine Vitrine. Erkennt man schlecht hier. Ach so, bei einem anderen Foto meinst du, ne? Bei einem anderen Foto, ne? Okay, ja, das ist spannend. Spannend, spannend. Rein da, berichten. Wenn man wieder gefunden ist, auf jeden Fall. Untersuchen und dann reden wir wieder. Auf alle Fälle, ne? Ich wollte ja vor Schore reinkommen, aber das hat nicht geklappt. Ja, manchmal ist dann, manchmal, wenn dann welche schon drin gewesen sind, dann halt, ne? Ach, für mich ist das völlig normal. Alles gut. Ja, weil die waren ja eh ob da und dann ist es so. Genau. Patrick. Nee, ich war schon mehrmals da. Das ist Wahnsinn. Ja, ach, alles gut. Denkt man nicht. Super. Dann halt uns auf dem Laufenden. Ich danke dir fürs Gespräch, Patrick. Und berichte uns, wie es weitergeht in der Szene bei dir da mit der Puppe. Genau. Auf jeden Fall noch. Ganz liebes Dankeschön fürs Gespräch, Patrick. Kein Problem. Hau rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten. Dir auch, Patrick, ne? Danke noch. Tschüss. 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 Ja, solche Objekte finde ich immer spannend, ne? Alle Puppen, weil sie den Menschen so ähnlich sind, finde ich. Diese Kindlichkeit, aber doch irgendwie was Unheimliches, finde ich. Du weißt nie, was damit passiert ist. Ob das ein Kind kurz vor einem Ableben wochenlang im Arm hatte. Ob dies ein Ebenbild ist von einem Menschen, der nicht mehr da ist. Du weißt es nie, ne? Ja, ganz, ganz spannendes Ding. Ganz, ganz spannendes Ding. Ganz, ganz spannendes Ding. Aber das ist das, was Patrick gerade meinte. Das ist wirklich so, ich finde das so schrecklich da draußen. Das ist so, jeder will der Oberbaba des Paranormalen sein. Jeder läuft mit erhobener Brust draußen rum. Ich bin in, ich bin Ghost Hunter. Ich habe ein Team und wir sind die Geisten und wir haben Plan von allem. Ich finde das so schrecklich. Ich finde Teams gut, ne? Also das nicht falsch verstehen. Ich finde Teams gut, die sich damit beschäftigen. Aber ich finde, man muss ja da nicht gleich so den Oberbaba machen. Unsere Wahrheit ist die einzig echte und wahre. Und alle anderen können das gar nicht und haben, äh, ja, keinen Plan von der Sache, ne? Ja, ich rede auch gerade, weil die versuchen damit fame zu werden. Das ist der Fehler. Bei so einem Thema fame werden zu wollen. Ja, entweder hast du einen Plan davon, du hast keinen Plan. Und wenn du keinen Plan hast, ähm, ja, dann ist es halt so, ne? Aber es gibt halt manche, die haben keinen Plan und sagen, die anderen, die Plan haben, auch keinen Plan haben, damit sie selber nicht doof dastehen, ne? Danny, geh Daten. Danny, viel Spaß beim Daten. Mein Rooney macht über zehn Jahre wieder, wird nicht sein, dass ich Profi bin. Ich lerne immer wieder was Neues dazu. Ja, ist ja auch. Man lernt immer wieder was dazu. Immer wieder was dazu, ne? Und das ist das, dass du, du lernst es halt nur durch, durch dein, äh, durch das Machen, ne? Deswegen versuche ich halt auch immer von der Rhetorik, also von dem, was ich ausdrücken möchte, immer so zu formulieren, dass ich sage, ja, ähm, die Software funktioniert bestimmt, aber ich kann damit nicht gut arbeiten. Deswegen würde ich nie sagen, diese Software klappt nicht, weil sie einfach doof ist. Das kannst du nicht bringen, wenn du, äh, damit nicht gearbeitet hast. Es gibt natürlich Programme, die sind einfach scheiße. Da müssen wir uns nichts vormachen, weil die einfach nur als Fun-Ding programmiert sind, wo dann weißt du, okay, ist Fun-Müll, das kann nicht gehen, das ist Blödsinn. Und dann darfst du das dann auch sagen, aber es gibt bestimmte Programme. Ja, nur weil ich damit nicht vor klarkomme, heißt es nicht, dass andere damit nicht auch, nicht auch vielleicht irgendwie, äh, schon Sitzungen gefahren haben, ne? Das ist immer halt der Punkt. Das ist halt immer der Punkt. Ich könnte zum Beispiel nicht sagen, dass, ähm, 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 so, ähm, ich sag mal, so Rituale, so aus dem Wicca-Bereich nicht funktionieren. Kann ich nicht behaupten, weil ich es nie gemacht habe. Also dürfte ich das auch nicht äußern, ja? Ja, ich muss das erst mal selber erlebt haben, um dann mehr ein Beurteil zu bilden. Aber dann auch nicht nur einmal, zweimal, dreimal, sondern eine längerfristige Zeit, wochenintensiv sich mit beschäftigen, dass du dann sagen kannst, okay, das klappt wohl doch nicht so ganz, ne? Das ist das Wichtige irgendwie, ne? Das musst du dann halt auch irgendwie im Laufe der Zeit erstmal erlernen irgendwo, ne? Ganz, ganz wichtig. Ähm, ich bin nicht Groß-Tante und ich bin nicht Ober-Baba, aber ich bin neugierig und möchte Erfahrungen sammeln. Ja, sag mal, Jacky sagt, oh, wenn es beim einen nicht klappt, klappst du beim anderen. Ich muss mal Fenster aufmachen. Oh, warm hier. Alter, nirgst du. Ja, das Ganze ist halt ein spannendes Themengebiet, ne? Aber das Problem ist, dass in diesem spannenden Themengebiet unheimlich viele Scharlatane unterwegs sind, ne? Unheimlich viele Scharlatane, die, ähm, die im Grunde das, das Blaue vom Himmel erzählen, ne? Ja, ich spüre, dass du etwas Energetisches in deiner Aura hast. Ich spüre, da sind Blockaden bei dir unten im unteren Sakralbereich. Und, ähm, ich sehe auch, dass dein drittes Auge verstopft ist. Und ich würde es dir, ich würde dir helfen. Dann weiß ich auch, dass dein spiritueller Zufluss wieder gereinigt wird. Und dann sehe ich auch automatisch schon, ach, weißt du was? Wir machen die erste Sitzung nur für 100 Euro statt für 200. Ohrlasche geben. Okay. Und wenn es nicht besser ist, dann machen wir die zweite Sitzung. Da mache ich auch nochmal einen guten Kurs. 50 Euro nur, okay? Okay. Und wenn da noch eine Restenergie noch in deinem Sakral ist. Ach, komm mal, auch nochmal 50. Das ist super. Nee. Das ist scheiße. Das ist doch scheiße, ist das. Das ist doch kacke, sowas. Und da gibt es von diesen Vögeln, gibt es da unheimlich viele da draußen. Da gibt es so viele da draußen. Ich habe dir die Tage noch eine Webseite mir angeschaut. Wie gesagt, keine Namen werden genannt. Von einer Frau. Die bildet auch Menschen zur Medialität aus. Auch ganz wichtig. Und sie hat auch ein ganz tolles Kursprogramm gehabt, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Da war drin Joggen. Joggen waren drin. Kennen wir jetzt. Und auch Basteln. Basteln für die Spiritualität. Mit Papier basteln. Ohne Witz stand da drin. Joggen und Papier basteln. Das passt wie Arsch auf Eimer, habe ich mir gedacht. Das passt ja richtig gut zusammen. Und das waren irgendwie kurz sieben Stunden oder sowas. Sieben Stunden zum Medium. Sieben Stunden. Sieben verdammte Stunden. Bis zu einem Medium. Dass du wirklich channeln kannst. Mit Verstorbenen kommunizieren kannst. Von 0 auf 100 in sieben Stunden. Das heißt, du bist dann. Du kommst ja wie so eine Konservendose dahin. Hallo. Ich bin heute hier zum Medium Kurs für Medien da. Ich bin jetzt ein Medium werden. Ja, komm mal her mein Schatz. In sieben Stunden bist du Medium. Ja, geil. Also in sieben Stunden bin ich Medium. Ja, durchgebraten. Mit dem Steakmixer. Also die gibt es dann. Die erzählen dir wirklich, dass du in sieben Stunden Medium bist. Ja, Medium oder durch oder Raw. Es ist unfassbar, der Rotz. Unfassbar, der Rotz. Unfassbar. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt beim Fonghuber schon den Kurs für Intuition mache. Drei Monate, vier Monate bin ich dran. Und lass mir da auch richtig Zeit. Weil das ist ja auch so Medialitätsthema und Intuition und sowas. Und Bauchgefühle trainieren und sowas. Das mache ich jetzt auch schon ein paar Monate. Und bei der lernst du das komplette Thema in sieben Stunden. Ja, und ich sitze glaube ich schon vier Monate bei Intuition dran beim Fonghuber. Den Kurs da. Und ich mache das in sieben Stunden. Das ist aber alles zusammen. Das sind auch dort da mit drin, vielleicht in vier Minuten. Da ist der Knaller. Da frage ich, wo sind denn die Übungseinheiten? Oh, ich habe schon fast das Wort. Übungseinheiten gibt es ja gar nicht. Wo es die denn da gibt. Es ist unfassbar. Falschen Kurs gebucht. Ja, aber Joggen und Papierfalten? Was hat das denn da mit Medialität zu tun? Muss ich dir ihre Rechnungen falten oder was? Oder muss ich die zusammenfalten? Also wirklich. Ich habe jetzt auch nicht mal einen Preis. War auch nicht so teuer. 500 Euro? So teuer war das nicht. Vielleicht 500 Euro für sieben Stunden. Und irgendein Vogel bucht den Scheiß dann. Und die sitzen dann so. Da gibt es. Da muss ich euch eben was vorspielen. Aber will die Ellen jetzt gleich noch rein? Ellen, willst du gleich auch noch eben reinkommen? Sag mal, Hase. Willst du auch noch rein? Ich möchte euch da mal eben kurz mal was vorspielen. Fand ich ehren gut. Das passt nämlich zu dieser Sieben-Stunden-Frau. Ne? Was ist mit der Ellen? Da musste ich nämlich wirklich lachen. Ich sitze manchmal da und denke so. Ey, wenn die jetzt merken, dass ich gar keinen Plan habe. Ganz oft. Ich habe keinen Plan, was ich hier mache. Dann stelle ich mir irgendjemand eine Frage und dann antworte ich. Und dann bist du krass. Hat funktioniert. Und jetzt pass auf. Jetzt habt ihr ja gar nicht gesehen, worum es geht. Jetzt nochmal. Ich sitze manchmal da und denke so. Ey, wenn die jetzt merken, dass ich gar keinen Plan habe. Ganz oft. Ich habe keinen Plan, was ich hier mache. Dann stelle ich irgendjemand eine Frage und dann antworte ich. Und dann bist du krass. Hat funktioniert. Also das ist so richtig. Das fehlen mir so und so diesen sieben Stunden ein. Ich sitze manchmal, weiß ich gar nicht, welche ich hier mache. So gar keinen Plan davon. Dann wurde ich mich, ey, irgendwas gesagt hat, funktioniert. Das ist bei diesen sieben Stunden Kursprogramm bestimmt elendig. Da ist die der Nase jetzt so. Ich habe keine Ahnung, weil ich die sieben Stunden mit denen gemacht habe. Aber hat funktioniert. Die sind jetzt ein Medium. Die sind ein Medium. Ich klebe mir hier schon alles runter. Die ist jetzt ein Medium, die Person hier. Geil. Einfach mal irgendwas machen. Joggen, Origami und so. So, wir gucken mal eben. Was ist denn mit der Ellen hier? Ellen. Ellen. So, wer wäre denn noch in den Paratalk hier rein? Leute, Ausrufezeichen Discord. Wer noch mit mir quasseln möchte über eure paranormalen Erlebnisse oder irgendwelche komischen Vorkommnisse, irgendwelche Sachen, die du zu Hause erlebt hast, die komisch sind, dass die Türen knallen. Du hast mal Reacher gemacht. Du hast mal Karten gelegt. Das war auch irgendwie komisch. Du kennst jemanden, der vielleicht irgendwie ein Dunkelmondmagier ist oder sowas. Irgendwie welche Bereiche. Warte mal, wir hatten doch jemand letztens gehabt zum Thema Satanismus. Da wollte doch eigentlich heute jemand hier zum Thema Satanismus reinkommen. Äh, hallo. Ich war mal bei einer Dame, die mit mir eine spirituelle Rückführung gemacht hat. Ja, komm rein im Discord. Lass reden. Spannend. Ich mach das doch auch. Mhm. Da war doch jemand, die wollte mit uns über Satanismus heute geredet haben. War nicht ganz geil. Warte mal, die Ellen ist drin. Die Ellen. Ellen, du bist drin. Ja, Hallöchen. Boah, Ellen, bist du laut, sag mal. Ich mach dich leiser. Ich schieb dich mal ein paar Stufen runter, Ellen, du. Oh, du bist ja halb das Ohr gerannt jetzt gerade so laut. Wie geht's dir, Ellen? Ja, es geht so. Weihnachten steht halt vor der Tür. Okay. Ist alles nicht so einfach, aber es geht. Ja, ich sag mal so, jeder hat irgendwie, nimmt Weihnachten anders mit. Der eine sagt so schöne Zeit, der andere sagt gar nicht schön, der andere sagt, ja, es ist okay, der andere will es gar nicht haben irgendwie, ne? Das ist immer so unterschiedlich, ne? Ja, normalerweise, normalerweise hab ich Weihnachten richtig gern, nur dieses Jahr unter den Umständen ist halt beschissen. Ja, okay. Das ist natürlich, gebe ich dir recht. Was ist denn bei dir passiert, was du erzählen möchtest oder worüber du berichten möchtest? Och, da ist einiges passiert in den letzten Tagen. Okay, okay, bin gespannt. Ähm, ich fang mal damit an, letzte Woche Freitag. Ich hab mir so eine Lichtsäule gekauft. Die ist Freitag einfach dreimal ausgegangen und einmal direkt wieder an. Das war jedes Mal. Mal ganz kurz, Entschuldigung, eine Lichtsäule, sowas zum Stellen fürs Wohnzimmer, meinst du sowas? Oder sowas mit Glühbirn oder versuch mal kurz zu erzählen, erklären Lichtsäule? Nee, so eine LED-Lichtsäule aus einem, ähm, wie soll ich sagen, aus einem gut bekannten Discounter. Okay, okay. Ja, okay, erzähl mal weiter, so eine LED auf jeden Fall dann, ne? Okay. Genau, die ist eigentlich sehr zuverlässig. Die ist auch so, geht die nie wirklich aus, von sich aus. Okay. Die ist letzte Woche Freitag, ist die dreimal einfach so ausgegangen, davon einmal direkt wieder an. Und jedes Mal, wenn ich die Kids im Zimmer gehört hab, beziehungsweise nicht gehört hab, sondern hab stören gehen sollen. Okay. Aber hast du die mal woanders eingeschlossen, im anderen Raum oder so? Die hab ich verschiedentlich angeschlossen. Also es war auch nur dieses, an diesem einen Tag. Ja. Und nachdem ich gebeten, drum gebeten hab, dass es, ähm, aufhören soll, war auch sofort wieder Schluss damit, mit dieser Lichtspielerei. Okay. Hast du anderweitig auch schon mal irgendwie sowas erlebt, wie das jetzt, was du da mit dem Licht hattest? Ähm, das hab ich ja das letzte Mal schon gesagt, dass das in der Küche war. Mhm. Die, äh, dreimal, zweimal bei mir, einmal bei meiner Tochter. Mhm. Ähm, und ansonsten hab ich im Moment sowieso recht häufig Direktkontakte. Okay, wie, wie, wie zeigen sich die direkt? Also wenn ich irgendwas nicht mehr so ganz auf dem Schirm habe, bring mich wieder zurück ins Boot. Weil ich hab manchmal immer so viel, ähm, ähm, an, an, ähm, Erlebnissen im Kopf, deswegen, wenn ich mal irgendwas vergesse, bitte nicht böse sein. Ähm, wie, wie äußern sich die, die Direktkontakte bei dir? Ähm, unter anderem hab ich gestern auch ganz aktuell Direktkontakt über das EMF gehabt. Okay. Mhm. Ich hab gemerkt, hier ist irgendwie eine Präsenz, irgendwas, ja, es war so ein komisches Gefühl und es war auch so leicht kalt. Okay. Und, äh, das EMF hat auf drei, laufend auf drei ausgeschlagen, obwohl Handy im Flugmodus war. Okay. Und dann hab ich so über ein paar Fragen ein bisschen ausgefragt, wer denn da ist, ähm, was für ein Anliegen und so. Und da hat sich jetzt halt rausgestellt, ähm, es ist sehr wahrscheinlich die Mutter meiner Vermieterin, die an irgendeinen Gegenstand in der Wohnung gebunden sein soll. Okay, sind da noch Gegenstände drin von, von der Vermieterin irgendwie? Äh, die Vermieterin wohnt unten noch und hat noch diverse Gegenstände von ihrer Mutter. Ah, okay, okay. Ich finde das immer ganz interessant, diese, das, das, was du auch gerade sagst mit dieser Kälte. Manche gehen dann immer von aus, ja, dann muss es auch messbar sein, also durch, durch, ähm, durch Temperaturunterschiede vom Messen her. Ja, nee, ist nicht immer, ich hab das auch schon zum Beispiel ganz oft gehabt, ähm, dass du dann wirklich zu, äh, hier sitzt und dann wird die Eisgern, du kriegst Gänsehaut am ganzen Körper. Aber die Traumtemperatur ist immer noch identisch. Und du spürst, hier ist was, du spürst sofort, wie du ausmacht, da ist etwas, hier ist irgendwas, stimmt hier nicht. Ne, und dann hast du ja gesagt, dann ist auch bei dir das Gerät dann ausgeschlagen, bis drei, ne? Ja, bis drei, manchmal auch bis vier, aber auch nur ganz kurz dann. Mhm. Und, ähm, ich hab dann gefragt, ob ich meiner Vermieterin Bescheid sagen soll. Mhm. Und da hat sie direkt, also es war ein ganz ekelhaftes Gefühl. Gänsehaut hatte ich überall und es hat sich wie ein Nein angefühlt. Mhm. Ja, man merkt, dass das irgendwie nicht gut ist, wenn ich das jetzt mache, halt irgendwie, ne? Mhm. 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 Hast du da irgendwie, du hattest ja gesagt, du hast das jetzt mit dem Licht gehabt, mit diesem Direktkontakt, hast du bei dir feststellen können, dass auch andere Zeichen kommen, die irgendwie passiert sind bei dir in der Wohnung? Vielleicht auch mal Gegenstände irgendwie anders gewesen oder eine Tür offen, die du eigentlich zugemacht hast. War da in dem Bereich mal irgendwas gewesen noch, Dana? Das kann ich dir jetzt so genau nicht sagen. Ich bin der Meinung, es wäre die Kinderzimmertür gewesen, die einmal einfach auf war. Mhm. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich sie überhaupt richtig zugemacht habe. Ja, das ist manchmal schwierig. Ich kenne das auch, wenn ich sage, ich habe doch die Tür zugemacht. Aber manchmal 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 so Dinge unterbewusst, wie den Schlüssel irgendwo hinlegen und dann, höh, den habe ich doch in die Küche. Da hast du mal den schon beim Reingehen ins Regal gelegt. Habe ich auch irgendwie ganz oft, ne? Wie willst denn du dann jetzt mit diesem Direktkontakt dann da jetzt weiterverfahren? Dann willst du das jetzt irgendwie gucken, dass du das mit diesem Gegenstand irgendwie aufdeckst? Oder wie hast du dir das da jetzt vorgestellt? Ich wollte das bei dem Wunsch der Präsenz belassen, dass ich nicht Bescheid sage. Mhm. Die wird wohl schon länger da sein. Und sie wird meine Vermieterin nicht stören, wird wohl auf sie aufpassen oder wie auch immer. Ja. Und solange sie mich nicht stört in den nächsten vier Wochen, in denen ich noch hier in der Wohnung wohne, will ich sie in Ruhe lassen. Wie alt ist deine Vermieterin ungefähr, weißt du das? Ich glaube fast 70. Okay, also schon ein bisschen älter letzten Endes, ne? Ein bisschen älter. Was machst du denn dann, wenn dieser Kontakt dann auch, weil du hast ja gesagt, du ziehst um. Was ist denn, wenn dann der Kontakt dann in der neuen Wohnung weitergeht? Wenn du diesen Kontakt mitziehen würdest, wie gehst du dann damit weiter? Kann ja sein, dass du denselben Kontakt dann auch hast. Total, ich bin da. Solange der Kontakt nur mit mir kommunizieren will und mir nichts Böses will. Ja. Warum soll ich da irgendwie was weitermachen? Ja, vielleicht ist es ja ein interessanter Kontakt, mit dem du da weiter agieren kannst, um ein paar Sachen auch irgendwie noch über dich oder allgemein über die geistige Welt vielleicht auch irgendwie zu erfahren. Ja, ganz interessant. Aber jetzt ist die Frage, ist dieses Phänomen mit der Lampe gekoppelt an diesem Kontakt? Vielleicht, oder ist es was komplett Eigenständiges oder ist es einfach nur die Lampe? Das ist immer die große Frage, ne? Ist es die Lampe, weil die Lampe in dem Moment vielleicht irgendwie einen Hau weg hatte? Oder will über die Lampe etwas kommunizieren, was nicht mit diesem Kontakt, den du hattest, in Bezug auf deine Vermieterin gewesen ist? Oder wieder was anderes? Das ist immer so diese schwierige Frage. Das ist immer ganz schwierig. Immer kompliziert manchmal, das dann rauszuklamüsern irgendwie. Das könnte ich jetzt auch nicht sagen. Das müsste ich mal versuchen in Erfahrung zu bringen. Was man vielleicht probieren könnte, dass du mal abends, also du bist ja auch relativ offen und locker zu diesem Thema, dass du abends mal vielleicht einfach mal hinsetzt und sagst, wenn einer da ist, mach doch mal die Lampe aus. Probier es, ausprobieren. Und dann wirklich gucken, ne? Das habe ich schon ausprobiert, aber auf Ansage hat das mit der Lampe nicht wirklich funktioniert. Das ist immer, auf Ansage ist immer ein Gänsehautmoment, den habe ich dann auch hier. Auf Ansage ist immer ein Gänsehautmoment, wo man dann wirklich sagt, ist nicht wirklich gerade passiert, aber man sieht, dass es echt passiert ist letzten Endes. Aber es wäre ganz interessant. Also vier Wochen bist du noch da. Es ist ja dann spannend, ob da noch was passiert in den vier Wochen jetzt da. Ob dieser Kontakt noch mehr möchte oder noch mehr Kontakte aufbauen wird. Weißt du vielleicht, weil du bald weg bist? Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich habe mir ja auch einen Weecher erstellt selbst und habe das auch schon mehrere Male ausgetestet. Und wie waren Erfahrungen gewesen? Ziemlich kindlich behaftet, sage ich mal so. Ich glaube, dieses Weecher zieht ziemlich viele Kinderseelen an. Vielleicht hast du wirklich an schöne und junge Sachen auch gedacht, wo du das gemacht hast, dass du vielleicht so auch in Erinnerung geschwägt bist von früher und alles so das zusammen. Oder vielleicht bist du innerlich auch noch sehr jung geblieben, dass das alles so ein bisschen mit integriert wird. Ich habe oft Kinder in der Sitzung. Ich finde es zum Teil schön, aber zum Teil finde ich es immer sehr traurig. Zum Teil finde ich es immer sehr, sehr traurig, wenn du dann so die ganze Geschichte dann davon hörst. Wenn man nicht immer wirklich hören. Aber traurig, aber trotzdem schön. Irgendwie schön und traurig zugleich finde ich irgendwie. Also vielleicht könntest du ja auch da noch mal öfters mal vielleicht noch ein paar Sitzungen fahren, um zu gucken, ob du mehr über dieses Phänomen dieses Kontaktes rausbekommst. Nee, auch ganz interessant. Da habe ich mal gerade noch eine Frage. Ich hatte heute einen Kontakt und zwar war das eine 23-jährige Nora. Die hat mir gesagt, mein Mann wäre bei ihr. Er dürfte aber von, wie hat sie gesagt, der Herr, Gott, hat es verboten. Er dürfte keinen Kontakt zu mir aufbauen und hat mir irgendwelche Botschaften überbracht und hat mir gesagt, er wäre ein Sog. Okay, also erstmal, eine Seele nimmt zu dir keinen Kontakt auf, wenn du den Kontakt nicht suchst oder der Kontakt in dem Moment nicht gut für dich wäre. Wenn dein Mann mit dir Kontakt aufbauen möchte, kann er es machen. Ihr müsst beide im Grunde, ich sage mal, auf derselben Schwingungsfrequenz sein. Also ihr müsst auf gut durch beide den Kanal, den gleichen Kanal haben. Aber der Kontakt wird nicht hergestellt von der geistigen Welt, also dein Mann zu dir, wenn es nicht gut für dich wäre. Das heißt, wenn man ja natürlich noch in einem sogenannten Trauerprozess drin steckt und der Mann jetzt sich melden würde, würden eher dann vielleicht Wunden wieder aufbrechen und der Prozess würde gestört werden. Das heißt, aber es gibt keine höhere Instanz, die sagt, du darfst nicht, ich verbieten dir das. Das ist so nicht richtig, das ist so nicht richtig. Habe ich noch nie gehört, in keiner Sitzung in fünf Jahren, in irgendeiner Weise. Und ein Sog, ich denke eher mal, dass du da irgendeinen Kontakt hattest, der so ein bisschen so sein Spielchen gespielt hat, eher sowas. Also das ist so gar nicht richtig, das ist gar nicht. Das wird auch den kompletten Kontext widersprechen der geistigen Welt letzten Endes. Die wollen uns ja im Grunde helfen, die wollen uns ja Botschaften übermitteln, die wollen ja auch mit uns in Kontakt treten. Aber zu unserem Guten, ja, es gibt auch natürlich Sitzungen, die sind unheimlich für uns auch. Wir haben manchmal komische Seelenanteile, die wir rauslesen können, wo man manchmal auch sagt, die Sitzung fand ich jetzt nicht so cool, aber so ist das wahre Leben halt auch letzten Endes. Aber das ist so nicht richtig, das ist dann so nicht richtig. Wenn er sich melden möchte, dann wird er sich zu dem Zeitpunkt mit dir in Verbindung setzen, wo er genau weiß, jetzt ist der richtige Moment und ich sage, hallo, hier bin ich. Aber ich weiß auch selber jetzt, ohne dass er jetzt in den Kontakt treten würde, würde ich jetzt auch sagen, ein total falscher Moment, würde nicht passen. Das wäre wie so ein Hochzeitscrasher. Du bist gerade am Heiraten und da rennen welche mit dem Clown-Kostüm rum und schmeißen sich vor dem Pfarrer auf den Boden und machen Konfletti-Schlacht. Das wäre auch total unpassend. Und das ist bei solchen Trauerprozessen identisch. Also das wäre nicht richtig. Also das wäre jetzt nicht so der Punkt, der eigentlich sein würde in keinster Weise. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Somal ich überhaupt gar nicht an ihn denke, wenn ich das Ganze mache. Ich versuche da meinen Kopf leer zu fegen und einfach nur in die geistige Welt reinzurufen. Ja, im Grunde muss ich es ja auch so vorstellen. Wenn es jetzt eine Seele gewesen wäre, die mit ihm im Kontakt stehen würde, dann würde sie vielleicht sagen, du, pass mal auf, ihm geht es gut. Aber der Moment ist nicht gut für den Kontakt. Aber ich gebe dir einfach die Botschaft. Es ist alles in Liebe und Licht und Harmonie und alles so, wie es sein soll. Wir würden eher diese Botschaften kriegen, aber nicht so diese direkten halt. Außer wenn es für uns passend wäre. Wenn das dich in deinem Prozess begleiten und helfen würde. Beispiel, wenn du jetzt mit jemand anders eine Sitzung machen wollen würdest, wo dein Mann in den Kontakt treten würde, dann würde dieses Medium auch nur die Informationen kriegen, die für dich wichtig sind. Das heißt, keine Fakten, die dich jetzt irgendwie nach hinten werfen. Zum Beispiel einfach so Informationen, zum Beispiel, Ellen, ich muss dir noch was sagen, Punkt, Punkt, Punkt. Wollte ich dir schon immer gesagt haben, das ist sehr wichtig. Was für dich fürs Seelenheil, fürs Herz wichtig wäre, damit du den Prozess schneller abschließen kannst. Und eher diese Informationen würdest du kriegen. Aber nur dann, wenn sie für dich an der Zeit sind. Und das ist das Wichtige an der ganzen Sache. Aber sowas habe ich in dem Moment auch schon öfters mal gehört, was du mitteiltest. Aber das ist meistens dann immer, dass das Informationen sind, die von Seelen kommen, die im Grunde wie im menschlichen Leben auch versuchen, uns so ein bisschen mit uns zu spielen. Diese Masken, die haben eine Maske auf und die spielen jetzt nicht gerade die Rolle, die sie eigentlich wären. Aber da, wenn sowas kommt, würde ich gleich abwinken. Gleich abwinken. Wir sollen dir ja helfen und dich nicht noch irgendwie in Fragen bringen. Okay, ja. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, Ellen. Ja, jetzt hast du mir dieses Fragezeichen aus dem Kopf gehämmert. Das ist gut. Das ist gut. Und wenn da noch irgendwie, was das ein bisschen weitergeht bei dir, wenn da noch irgendwas ist, dann sagst du einfach Bescheid und dann können wir nochmal quatschen, Ellen. Okay? In Ordnung. Dann wünsche ich dir einen charmanten Abend und dir auch schon mal hier persönlich schöne Weihnachten. Trotzdem. Mach die schönsten Tage trotzdem draus, ja. Ich danke dir. Das wünsche ich dir auch. Und natürlich im kompletten Chat wünsche ich auch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Das ist lieb. Geben wir dir gerne zurück, Ellen. Danke fürs Gespräch. Alles Liebe. Ich habe zu danken. Gerne. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, da sind so Sachen, die hat man schon ganz oft nur irgendwie. Tim, Tim, auch wenn es nie viel ist, jedoch wissen wir alle genau, dass du auch lebst, wie jeder andere auch. Kleinvieh macht auch Mist. Bester Content im deutschen Web. So extra 25 Kerl nur für dich, mein Allerliebster. Ich danke dir, Tim. Mega liebes Denkischön, Tim. Ganz liebes Denkischön. Der Tim aus der Schweiz. Ganz liebes Denkischön. So, und nochmal ganz liebe Weihnachten für alle für den morgigen Tag. Auch für die, die Weihnachten scheiße vielleicht finden, die Weihnachten in diesem Jahr nicht wirklich toll finden. Ja, ich gebe euch einfach nur ganz tolle, schöne Herzchen für diese Tage, die Weihnachtszeiten heißen. Und ganz, ganz wichtig. Ja, es gibt auch viele Menschen, die feiern Weihnachten gar nicht. Auch einfach aus Gründen der Religion. Ja, die haben ihre anderen Feste. Auch ganz wichtig und ganz schöne Feste. Wir haben halt unsere Weihnachtszeit und auch für uns wichtige drei Tage, wenn man sie feiert, ja. Prima, ich schlabere noch ein Schlückchen und dann erzähle ich nochmal eben kurz was dazu, ja. So, ganz wichtig. Ja, die Informationen, die wir manchmal bekommen. Aus der geistigen Welt. Sollen uns im Grunde weiterhelfen. Sollen uns im Grunde weiterhelfen. Sollen uns auf unserem Weg helfen. Jetzt kommt die Frage, die natürlich sich dann immer viele stellen. Aber Marc. Und da weiß ich, wo die Fragen dann kommen. Aber Marc. Die Fragen sind dann so gestellt. Bei dir sind viele, die diese sogenannten Masken haben, die sich als etwas ausgeben, was sie nicht sind. Und die bringen dich nicht wirklich weiter. Doch, bringen sie. Jetzt fragen sich andere. Wieso bringen denn diese komischen Sitzungen, die Marc hat, den Marc weiter? Also mich. Ich habe jetzt extra dritte Person gesprochen. Warum bringen sie ihn denn weiter? Oder mich? Weil ich dadurch lerne. Weil ich dadurch lerne. Weil ich dadurch lerne, die Seite zu verstehen. Weil ich dadurch differenzieren kann, was ist richtig und was ist falsch. Was ist Wahrheit und was ist Fiktion. Und dadurch lerne ich. Wenn ich nur immer das Gute in den Sitzungen hätte, würde ich gar nicht die negativen Aspekte kennenlernen. Dann könnte ich gar nicht Abgrenzungen machen zwischen richtig und falsch. Dann hätte ich im Grunde, würde ich allem Glauben schenken, was ich von der geistigen Welt hören würde. Das heißt, auch dunkle Kontakte, Seelenanteile aus den negativen Bereichen, hätte ich dann auch für positiv erkannt. Und das ist halt nicht gut. Deswegen, so lerne ich dann halt natürlich, beide Seiten zu kennen. Oben und unten. Hell und dunkel. Und das finde ich verdammt wichtig und verdammt gut, dass man das lernt. Dass du dann auch wirklich dann die Abgrenzungen lernst. Es gibt ganz viele, die arbeiten im Grunde. Es gibt ganz viele Menschen, zum Beispiel, die sagen, das finde ich auch prima. Finde ich auch prima. Beispiel, die auch wirklich sagen, nein, jede Seele ist reine Licht und Liebe. Stimme ich zu. Stimme ich auch zu. Stimme ich auch zu. Auch wo ich mit Nina Herzberg fürs Fernsehen, die acht Teile fürs Fernsehen gedreht habe. Nina zum Beispiel sagt, es gibt nur Licht und Liebe. Stimme ich zu. Gebe ich ihr vor Recht. Aber ich sage auch, ja gibt es, aber wir können auch trotzdem noch die dunklen Anteile im Grunde kontaktieren. Denn das ist auch gespeichert. Es ist auch gespeichert. Die Seele ist im Grunde die komplette Erfahrung aller, von allem, was die Seele erlebt hat. Da sind auch negative Anteile drin. Die sind auch noch gespeichert. Deswegen darf man das nicht falsch verstehen. Wenn ein Medium sagt so, hey, nein, die geistige Welt ist nur Liebe und Licht. Richtig. Ist auch Liebe und Licht. Aber trotzdem haben wir immer noch unseren Anteil, der immer noch durch die Inkarnation, immer noch in der Seele gespeichert ist. Und die können wir abrufen. Wie so eine Art Festplatte. Wie so eine Art Festplatte letzten Endes. Und das ist das, wo ich dann halt froh bin, dass ich diese beiden Bereiche dann auch immer wieder im Kontakt habe, um daraus zu lernen und mich weiterzubilden letzten Endes. Und es gibt auch viele, mit denen ich schon mal gesprochen habe, die sagen so, Marc, pass mal auf, in meinen Wiedersitzungen ist nur Licht und Liebe und glücklich und Sonnenschein. Super. Das ist super. Freue ich mich drüber. Aber, wenn ich nicht, es wäre genauso, ich versuche es euch genauso zu erklären. Ich versuche es euch genauso zu erklären. Okay, wenn du eine Wiedersitzung machst und du hast zwei Jahre lang nur Licht und Liebe in den Sitzungen, dann wäre es so, als wenn du dich zwei Jahre lang in eine Welt einsperren würdest, wo nur alles Polly Pocket ist, alles glücklich ist. Wir sind alle glücklich. Du hast noch nie das Negative erlebt. Du würdest im Grunde abgekapselt werden. Oder du wirst nach deiner Geburt in dein Zimmer gepackt und du wirst nur glückliche Sachen finden. Alle sind glücklich. So, hi. Alle. Ach, ist ja ein schöner Kuchen. Ja, ist ja ein schöner Kuchen. Du lernst kein Nichts Negatives kennen. Du lernst kein Fernsehen, keine Gewalt, kein Hass, nichts. Das willst du gar nicht lernen. Weil in deiner Welt, in der du aufwächst, gibt es es nicht. Und wenn du dann das erste Mal so etwas erlebst, dann würdest du erst mal gucken, was ist das denn? So muss man sich das letzten Endes vorstellen. Wer möchte denn noch von euch in den Paratalk rein? Ausrufezeichen Paratalk. Wer auch noch rein möchte? Wir haben jetzt schon die Ellen und Pascal gehabt, die haben uns gerade schon ein paar spannende Sachen erzählt. Wir haben jetzt ja noch Paratalk bis 22 Uhr. Wer noch mit reinkommen möchte, Ausrufezeichen Discord. Egal, Themenbereiche, Spiritualität, Paranormales, esoterische Themen, jeglicher Art und Weise. Wenn du irgendwie spannende Sachen mal erlebt hast, noch nicht erlebt hast, aber da Fragen hast, kannst du auch gerne reinkommen, wenn du Fragen stellen möchtest. Relativ. Ich sehe, jetzt frage ich, die Manu ist gerade drin. Jetzt frage ich, ob die Manu drin ist, weil sie drin ist oder weil die Manu was erzählen möchte. Leute, da warte ich mal eben, bevor ich jetzt einfach da reinrenne und sie sich dann erschreckt, dass ich sage, hallo Manu. Ich warte mal. Och, feier die rauen Nächte, sagt Jogi. Cool. Ich weiß mal, ob Manu da antwortet, sonst hüpfe ich da auch rein. Ich mache da erstmal wieder Fenster zu, mir frieren gerade die Füße weg. Delina sagt, hallo. Das ist dann eine charmante Antwort. Mein Fenster zu. Also, ich denke mal, die will mit mir reden. Sie sagt einfach nur hallo. Er sagt einfach nur hallo. Delina hat immer was zu erzählen. Komm, wir hören mal an. Wir hören mal an, wann sie zu erzählen hat. So. Okay, dann gucken wir mal. Hallo. 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 Hi. Na, du musst auch na sagen. Na. Na. Und sonst musst du auch sagen. Und sonst? Und sonst? Ja, läuft. Ja, läuft, ne? Was ist passiert bei dir? Ja. Ist die Kaffeemaschine wieder angegangen oder was? Ja, die geht ja grundsätzlich an. Die ist immer, das ist gang und gäbe. Gang und gäbe. Die Ehrenmaschine. Ja, was ist denn jetzt bei dir, Sarema? Ja, ich hab, ähm. Du musst dich leiser machen, du. Bin ich zu laut? Oh Gott. Ne, mein Kopfhörer ist zu laut gestellt. So, jetzt leiser. Okay. Okay. Ich hab ja dieses, ich sag's jetzt mal, das neue Witcher-Board, ne? Ja. Von dir das, Mohn und der Dunkelheit, glaube ich, ist es, ne? Ja. Jetzt von den aktuellen oder den älteren? Genau, das war das Letzte, was ich mir, was von mir halt zugewunken hat. Okay, ich mach mal gucken. Aber das, wenn neben mir liegt, da räume ich immer schlecht. Also ganz schlecht. Von dem Mond der Dunkelheit. Das ist ganz merkwürdig. Warte, mach mal kurz mal eben nochmal, was war denn bei dem? Das war heute schon so schön in deiner Werbung. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr. Weißt du immer, wenn du mit so vielen Bots arbeitest, ich versuche mich da mal eben reinzuarbeiten. Warte mal ganz kurz. Warte mal kurz. Ich blende das mal eben alle ein, ja? So, das ist das hier. Irgendwas war auch mit dem Board. Ich weiß aber nicht mehr. Irgendwas war damit. Wenn ich das jetzt auch noch wüsste, aber es hat mir halt zugewunken. Das war irgendwie so, das musste zu mir. Mhm. Ja. Weil ich habe immer so die Angewohnheit, ich schlafe manchmal auf meinen Boards. Das ist so. Das klingt ein bisschen doof, aber es ist einfach... Irgendwas stimmt damit. Den Board auch nicht so ganz. Irgendwas mag komisch. Deswegen habe ich auch geschrieben, dass es sehr, sehr, sehr seine eigene Aura irgendwie hat. Ich weiß aber nicht mehr, was. Das ist jetzt schon ein paar Tage her, wo ich das gemacht hatte. Du hast eine Sitzung mitgemacht? Ja, hatte ich schon. Und? War jetzt nicht so berauschend. Okay, was ist passiert? Was ist passiert? Nicht so sterben gehen, war der netteste Satz eigentlich. Okay. Okay. Also ich habe von dem Board... Also das ist wirklich das... Ich habe auf diesem... Ich habe da ein Kissen drauf gelegt. Warum auch immer, weiß ich nicht. Aber ich habe davon geträumt, dass jemand aus der Community dem Sebi und der Sarah und dem Kevin so mit der Axt den Kopf abgehauen hat. Dieses... Ich sage mal so, dieses... Ich finde das eh sehr spannend. Guck mal. Ich sage ja immer so, diese Bonds erschaffen sich von selber. Diese komplette Reihe, dieses komplette... Die komplette Reihe, das ist das andere... Die komplette Reihe in dem Shop, ich habe keine Ahnung, die ist sehr düster geworden. Das ist mir selber aufgefallen. Es ist mir selber aufgefallen, dass diese komplette Reihe komplett dunkel geworden ist. Es hat aber keinen Hintergrund. Und die haben sich selber irgendwie so... Irgendwie so... Das erkennt man, wenn man da sogar durchworstelt. Das erkennt man, wenn man sogar durchworstelt. Dass die alle einen sehr düsteren Touch hatten. Als wenn diese Bretter, wie zum Beispiel Wahnsinniger, als wenn diese Bretter letzten Endes in irgendeiner Weise sich selber so erschaffen hatten. Ich weiß es auch nicht. Ich kann es dir auch nicht erklären. Die sind alle so. Die sind wirklich alle in dieser gleichen Richtung. Aber das Interessante, so hätten die eigentlich gar nicht werden dürfen. Eigentlich hätten die meisten farblich sein müssen, aber es funktioniert nicht. Und das ist das Verrückte. Die ganzen... Deswegen haben die auch diese Namen wie Wahnsinn und sowas. Weil die haben eine ganz komische Aura diesmal gekriegt. Obwohl ich eigentlich das so gar nicht wollte. Die haben sich so selber kreiert. Die haben sich schon so selber kreiert letzten Endes. Aber es war trotzdem... Ich habe in den Shop reingeschaut. Das war das Erste, war sofort zack, bumm, meins. Aber interessant, interessant warum. Was es wäre. Was es wäre. Das ist das Interessante. Was ist der Grund, dass das dieses Board gewesen ist? Ich bin ja dran. Und ich habe es dann wirklich, nachdem ich so schlecht geträumt hatte, ist wirklich das Erste, was... Ich bin halt auf der Couch eingepennt. Weil die liegen immer um mich rum. Also alle Boards liegen immer um mich rum. Immer. Sind immer griffbereit, so gesehen. Und ich bin aufgewacht, nach diesem komischen Traum. Und dann bin ich aufgewacht und der erste Blick fiel mir sofort auf dieses Board. Sofort. Dann habe ich es weggepackt und dann hatte ich die Nachtruhe. Hast du das in der Nähe? Wenn nicht, hol mal bitte. Wird geholt. Hast du? Moment. Moment. Alles gut. Fury Sky, danke für sechs Monate. Danke dir. Dankeschön. Und danke für den Zapf für Joschen. Dankeschön, Fury Sky. Danke dir. So. Ist da. Okay, leg es auch mal auf deinem Oberschenkel drauf. Nicht auf den Tisch, leg es auf den Oberschenkel. Lege es. Okay, jetzt machst du die Augen zu. Mit welcher Hand benutzt du... Welche ist deine Schreibhand? Rechts oder links? Rechts. Okay, die Hand legst du aus dem Board drauf. Richtig platt drauf. Jetzt erkläre ich dir was, was du gleich machen musst. Wenn du die Hand drauf hast, wenn ich dir gleich sage, mach die Augen zu, das allererste, was dir in den Sinn kommt, sei es Wörter, sei es Bilder, sei es ein Gefühl, Unruhe, nervös, wütend, prüfe deinen Körper. Wie reagiert dein Körper? Wird der unruhig, nervös? Will der irgendwie aufhören? Hat er keinen Bock drauf? Weigert er sich? Bilder, die du siehst, siehst du einfach nur schwarz? Warte, bis irgendwas kommt. Bis dein Kopf anfängt zu arbeiten. Bis Bilder kommen, Ideen kommen. Und wenn es nur ist, boah, habe ich gar keinen Bock drauf jetzt auf den Scheiß. Oder wenn es ist so, boah, kochen muss ich auch noch. Oder wenn es irgendwie ist so, mein Gott, morgen ist schon Weihnachten. Das machst du jetzt mal. Mach mal wirklich deine Hand drauf. Mach deine Augen zu. Jetzt bitte und ich bin ruhig und ich hole dich gleich in zwei Minuten ungefähr wieder ab. Okay, ich bin jetzt einmal ruhig. Auf geht's. Und ich bin jetzt einmal ruhig. Ich bin jetzt halt geil. Okay. tremal, oder? Das lass sie wiederしょ? Vielen Dank. Vielen Dank. Wie hast du dich gefühlt, körperlich? Ich hatte Angst. Okay. Versuch mir das Thema Angst zu erklären. Wie hat sich die Angst bemerkbar gemacht? Es war so, als ob mich jetzt gerade jemand irgendwie so folgen würde. Als ob man von jemandem wegläuft. Also Fluchtinstinkt so ein bisschen. Genau. Und das war, was ich dann gesehen habe, war eine Frau. Eine Frau. Okay. Aber was hat sie gemacht? Sie ist gerannt. Auch gerannt. Sind andere Gefühle gekommen, Emotionen, Bilder, Gedankengänge, Wörter? Ich musste gerade meinen. Okay. Mir lief gerade eine Träne runter. Okay. Dann ist da auf jeden Fall unheimlich was drin. Da ist unheimlich was drin. Du hast es ja gemacht. Ja. Aber ich weiß es ja. Aber die Geschichte, die entwickelt sich auch nachher durch den Menschen, der da nachher mit arbeitet. Das heißt, ich glaube, das ist gut, dass es bei dir ist, weil wenn das jemand hätte, der noch nicht so fit ist, deswegen glaube ich, dass es zu dir schon sollte, weil du damit jetzt schon arbeiten kannst, weil du schon mehr Erfahrungen mit solchen Sachen gesammelt hast, letzten Endes. Das ist dann der Hintergrund. Aber was du auf jeden Fall auf diesem, siehst hier, du siehst ja den Mond und rechts, das ist eine Person unter einer Kapuze, versteckt im Hintergrund, im Dunklen, im Dunklen des Bereiches unterwegs zu sein. Wenn ich mich noch recht daran erinnere, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, es hat ein Board gegeben, das war ganz komisch. Ich weiß nur nicht, ob es das gewesen ist, weil wenn du dann viele machst, dann verwischelt das so ein bisschen. Das hatte so eine eigene, ganz komische Energie gehabt. Es gibt manchmal Boards, wo du sagst so, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da möchte ich irgendwie jetzt nicht weiterarbeiten, weil das bringt eh nichts. Irgendwie war das. Was bei diesem auf jeden Fall auffällig ist, dass es eine ganz komische Art von Ausstrahlung hat. Sehr düster, obwohl dieser Mond scheint, wirkt das doch trotzdem irgendwie sehr, sehr dunkel und düster. Ich denke, ich bin froh, dass es bei dir ist. Aber was natürlich ist, wenn wir Menschen vor einem Brett, jetzt ein Reja-Board, jetzt auch noch sehr viel Respekt gegenüberbringen, strahlt dann natürlich diese Energie, dann natürlich das auch wieder für uns aus. Interessant. Interessant auch, was du denn da jetzt gesehen hast mit dem Board. Also das steckt auf, also für die, die nicht wissen, diese Layouts, die manchmal drauf sind, manchmal sind da Postmortem-Bilder drauf. Also Postmortem sind Bilder von Menschen, die nicht mehr leben, beziehungsweise aber fotografiert worden sind in ihrem Todeszustand. Es gab mal ein Board, da war ein Raum zu sehen mit ganz vielen Betten, wo ganz viele Menschen drin verstorben drin lagen. Und die Bilder haben meistens sind das auch so Collagen, die sich erschaffen aus verschiedenen Elementen, dass du dann verschiedene Themengebiete zusammenpackst als Layout und die dann eine neue Geschichte erzählen. Aber meistens sind es immer sehr viele Postmortem-Sachen, die drauf sind, die ihre eigenen Energien haben, also Fotografien von Verstorbenen. Und jedes Board hat immer so seine eigene Geschichte letzten Endes. Ich glaube, du hast ein sehr interessantes Board da gekriegt. Ja, es ist ja auch so, manchmal, wenn ich hier einfach in mein Wohnzimmer so reinkomme, das ist einfach, da könnte ich weinen. Einfach weinen, das ist einfach, das ist so ein Gefühl. Vielleicht, weißt du, vielleicht triggert auch dieses Board dich, themenmäßig, weißt du, kann auch sein, dass dieses Board dich themenmäßig triggert, so ein bisschen, kann auch sein. Könnte sein. Ja. Und das ist so dieses Interessante, vielleicht triggert das auch irgendwie schwierig. Ich würde es auf jeden Fall nur eine Sitzung dir wirklich raten, wenn du wirklich einen total guten Tag hast. Also auf jeden Fall nicht, wenn du keinen guten Tag hast, dann würde ich erst mal so, erst mal nach hinten schieben, du. Ich bin aber so, ich möchte das immer wissen. Ja, ich weiß, ich bin ja genau so. Ich bin ja identisch. Ich muss immer wissen, das ist einfach so, ich laufe dran vorbei und da muss ich einfach. Das ist einfach, ich muss. Das ist wie so ein Zwang. Das ist einfach, ich muss. Aber ich muss dazu sagen, auch wenn es jetzt nicht so, ich sage jetzt mal, nicht so positiv ist. Aber auch dieses Board hatte mir schon erzählt, ich muss glauben. Das ist ein bisschen komisch. Das ist das Schwerste Thema ever, ne? Das ist das Schwerste. Wir Menschen schweben immer zwischen zwei Themen, Glauben und Nicht-Glauben. Da sind wir Weltmeister drin. Wir sind Weltmeister, weil wir einfach gelernt haben, nicht mehr jedem Glauben zu schenken, weil wir eigentlich unser ganzes Leben angelogen werden. Und das ist dieses Problem, glaube ich, letzten Endes, ne? Ja, ich habe ja jetzt vier Boards von dir und noch ein extra Board, das, wo ich mal zum Geburtstag bekommen hatte. Und aber, ja, die erzählen mir eigentlich immer das Gleiche. Immer das, also es kommt immer sehr oft das Wort Glaube vor. Ja, das ist ja, was gestern war, ne? Was ja dieses, ich gucke mal eben, wo habe ich denn diese Nachricht, die ich da hatte? Warte mal ganz kurz, ich rufe das mal eben auf. Hier, das ist die Wichtigsten. Wir sind nicht tot, so wie ihr es glaubt. Wir existieren, glaubt an uns und wir sind. Mich hat das so ein bisschen, ich habe zu Hause auch noch mal in Ruhe darüber nachgedacht, dieses glaubt an uns und wir sind. Und das erinnert mich so ein bisschen so an, ähm, an die Entstehung des Ganzen, biblisch gesehen. Es ist. Punkt. Genau. Und die Sonne, sie war. Es ist. Und der Mensch war. Ne? Und es. Und es soll hell werden. Es ist. Und es soll Nacht werden. Es ist und es war. Und das erinnert mich so ein bisschen, ne? Glaubt an uns und wir sind. Glaubt an uns und wir sind. Ja, man glaubt schon, aber trotzdem ist der Kopf immer ein bisschen so im Weg, ne? Ja, weil es ja halt, weil wir versuchen uns immer an irgendwas dran zu klammern irgendwie. Und das ist so dieser Punkt. Wir wollen, wir wissen das. Wir wissen es, aber wir zweifeln immer noch. Weil unser Verstand sagt, das kann irgendwie vielleicht doch nicht, obwohl unsere Erfahrung weiß, das geht doch. Das ist so. Ich bin ja da immer selber noch an diesem Punkt immer am Kämpfen. Das ist so verrückt. Du hast schon fünf Jahre lang, Christoph, Zeichen, der Geistchen geht. Will existieren. Und trotzdem gehst du hin, gib mir mal ein Zeichen. Das ist irre. Es ist einfach verrückt. Wenn wir beim Thema Zeichen sind, ne? Das war gestern auch schon ein bisschen. Also bevor in der Sitzung mit dem, 13 war der, ne? 13. 13, genau. Wenn du die Sitzung machtest, wusste ich schon, dass er aus dem Fenster gehüpft ist. Okay. Okay. Das war so, das hatte ich dann auch reingeschrieben, bevor du das erwähnt hattest. Und ja, ich habe es dann einfach so hingenommen, weil ich mir gedacht habe, okay. Mhm. Okay. Ist halt einfach so. Ich weiß nicht, ich wusste es halt einfach. Es klingt jetzt ein bisschen blöd, natürlich. Aber im Grunde, alles ist irgendwie miteinander eh verknüpft, ne? Alles ist eh energetisch irgendwie miteinander verknüpft. Das ist der Punkt. Nur da ist wieder unser Glauben, der sagt, das kann ja gar nicht. Das funktioniert ja letzten Endes gar nicht, dass alles miteinander verbunden ist. Aber wenn man sich mal anguckt, was für Merkwürdigkeiten auftreten, guck mal, das ist ja das Spannende. Bei den Geräten, die wir jetzt gestern haben für die Untersuchung, reagiert auf Berührung, reagiert auf Erschütterung, reagiert auf Bewegung. Man hat drei Dinger. Und auf Ansage gehen diese Geräte los. Was ja eigentlich was verrückt ist, wo du dann eigentlich sofort sagst, Kontakt. Aber trotzdem hast du immer noch im Hintergrund, ich frage doch nochmal besser. Mhm. Man fragt trotzdem nochmal, obwohl du verdammt nochmal gerade diese blöde Antwort gekriegt hast. Bist du da? Bling, bling, bling. Super. Kannst du mir das nochmal bestätigen? Das ist so, als wenn es bei dir an der Tür schält und du machst die Tür auf und dann sagt dir der Besuch, hi, ich bin da und du fragst, bist du wirklich da? Und der Besuch, ja, ich schäle nochmal. Und dann guckst du wieder an, bist du wirklich da? Kannst du nochmal schälen? Und du stehst schon der Person die ganze Zeit Tür an Tür gegenüber und schält die Glocke kaputt in deiner Wohnung und du sagst immer noch, kannst du nochmal schälen? Ich glaube nicht, dass du da bist. Das ist identisch. Ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, weil du hattest ja schon mal den Rüffel gekriegt von der anderen Seite, ne? Ja, oft? Ja, so wie ich. Ja, aber ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln. Es ist oft dieser Rüffel. Aber es ist auch gerechtfertigt. Also ich meine, der letzte Rüffel, den, wo du gekriegt hast, da war schon, ja. War schon Ansage, ne? Ja, da musste ich immer dran denken. Ja, aber das ist so. Aber ich verstehe das schon. Das ist einfach, man möchte immer mehr und mehr und mehr. Man möchte es halt trotzdem immer wissen. Ja, aber es ist ja bei ihm trotzdem ja bescheuert. Weil, gib mir ein Zeichen. Gibst du mir nochmal ein Zeichen? Machst du mal Licht an? Licht. Kannst du Puppe, Teddy berühren? Ring, ring, ring. Und dann sagt die andere Seite, ist der Typ eigentlich bescheuert? Ich habe denen jetzt schon vier Zeichen gegeben. Der fragt immer noch, ob ich da bin. Was ist denn mit dem nicht richtig? Aber so. Dann haben sie auch keinen Bock mehr. Verstehe ich ja auch. Ich wäre ja genau, wenn man sagt, bist du eigentlich dämlich? Ich habe fünfmal geschält. Und du fragst fünfmal durch die Freisprecheinrichtung, ob ich da bin? Ich habe doch schon fünfmal geschält. Mach doch mal die Tür auf. Also das ist aber, ich verstehe das ja auch. Das ist einfach total dämlich. Es ist einfach total dum. Aber Marc, jetzt muss ich dich doch mal was fragen. Wenn du immer Hallo rufst, ich wollte nur mal fragen, meinst du die andere Seite auf der anderen Seite Hallo zurücksagt? Ja, das ist genauso bescheuert. Das ist auch so menschliche Doofheit. Wenn ich jetzt hier sitze und ich höre einen Knall, dann rufe ich Hallo. Jemand soll denn sagen, die sind tot. Sollen die dann auch Hallo sprechen? Nee, da kommt natürlich nichts. Und wer soll denn da auch stehen? Dann muss ich mal an Scary Movie denken. Das ist wirklich auch so einfach dämlich. Es ist einfach dämlich. Es ist einfach dämlich. Es erinnert mich aber an etwas, das darf ich leider nicht erzählen. Mir ist beim Fernsehen etwas passiert, wo ich, also man muss sich vorstellen, ich bin irgendwo gewesen. Irgendwo halt wird man dann im Fernsehen sehen. Aber wir untersuchen mit der Nina und uns ist etwas passiert, wo wir sagten, kann man sich auch nicht ausdenken, oder? Und was war? Darfst du noch nicht erzählen? Ich würde so gerne, aber darf man nicht. Auch so eine Situation. So nachher wollte ich so Hallo und dann kommt eine Antwort. Wie? Wie? Auch mega gut. Dreckige Fahrradamateur sagt, wenn da mal ein Hallo zurückkommt, dann kacken wir uns alle ein. Ja. Das wär's, weißt du? Oder hier so ein Dreirad kommt hier reingerollt mit so einem Mädchen. Hallo? Dann springe ich aus dem Fenster. Das will ich auch nicht sehen. Das möchte ich auch nicht sehen. Bei mir ist es eine Haarbürste, wo die damals geflogen ist und ich rufe in den Flur raus, was stimmt denn nicht mit dir? Und dann flog der Föhn oder was? Nein, es war ja nur die Haarbürste. Es ist ja damals nur die Haarbürste, also wirklich die Haarbürste nur mitten im Flur gelegen dann. Ja. Und ich gucke in den Flur raus, stehe in der Küchentür, rufe in den Flur raus, was stimmt denn nicht mit dir? Hätte ich auch gefragt. Ja, aber ich habe nicht hinterfragt, also da war der Kopf da wirklich so, ja, wie kommt Ja, aber das macht man dann automatisch. Was ist mit dir nicht richtig, Kollege? Das macht man ja auch. Aber das Beste ist, die hören, die kriegen es ja mit, die wissen ja, was wir sagen, aber nur die Kommunikation von der anderen Seite ist ein bisschen doof dann. Ich sehe sie so bildlich vor mir, die stehen dann alle da und lachen sich kaputt oder so. Ja, also ich würde das ja gerne mal visualisiert haben, wie die an der Sitze so zängen Vogel machen, sind die Menschen dumm, weißt du. So dumm waren wir auch mal, wo wir noch in den Körpern steckten. Genauso identisch wohl. Checken es nicht. Wir geben tausend Millionen Zeichen letzten Endes. Tausend Millionen. Und dann ist immer das. Ja, da kriegt man die Zeichen schon. Und die kriege ich eigentlich recht oft in letzter Zeit. Ja, man muss sie nur wollen auch, man muss sie auch nur wollen, diese Zeichen. Wann hast du denn deine letzte Video-Sitzung gehabt? Deine letzte. Gestern Abend. Und die habe ich, oh, die ist noch offen. Also wie ihr seht, Delina lebt noch immer, sie ist halt noch offen, sie lebt noch immer so viel zu diesem Thema, du musst das Ding immer schließen, sie ist auch noch am Leben. Hast du eine Sitzung führen können, ist jemand gekommen? Ja. Okay. Es kommt zur Zeit immer eine Tamara. Tamara, okay. Was hast du rausfinden können über Tamara? Ja, die hängt mir halt, ich sage es mal wirklich in den Ohren, mit diesem Wort Glaube. Also ich soll glauben und soll nicht zweifeln. Okay. Der Glaube ist der Schlüssel, was war es jetzt? Moment. Der Schlüssel. Zu unserer Welt? Nee, zum großen Ganzen. Okay. Er ist ja auch. Er ist ja auch, wenn wir, wenn wir, Glaube versetzt den Berg, ne? Naja, da ist ja noch ein bisschen mehr dran, da kommt dann, da kommt eigentlich, was heißt meistens eigentlich, ich muss schon sagen, es ist schon ein Standardsatz. Aus zwei Seelen wird einer. Es ist immer so ein Standardsatz. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Aus zwei Seelen wird einer. Du meinst so dualseelenmäßig irgendwie, oder wie meinen die das? Aus zwei Seelen. Ich kann dir das nicht sagen, das ist immer so, das ist wirklich, ich kriege das immer zu hören, aus zwei Seelen wird einer. Vielleicht ist es, weißt du, was das sein könnte? Aus zwei Seelen wird einer. Entweder, dass ein Seelenanteil sich mit dem anderen später wieder verbindet, gegebenenfalls. Oder was auch noch sein könnte, das ist natürlich, ich lese es auch gerade noch, Asuna sagt gerade auch ein Kind. Schwangerschaft. Ja, Grundgüter. Ich liebe Kinder. Grundgüter. Ich habe zwei Kinder, das reicht. Nein. Du hast schon Kinder, deswegen. Also hätte auch sein können, dass aus einer Seelen werden zwei, Geburt. Oder Madeline sagt auch gerade wieder Geburt. Könnte auch sein. Alex schreibt gerade, Mädchen auf dem Dreirad rollt zu Marc und sagt mit Teddy spielen. Marc antwortet, roll zu Alex, ich teste nur. Und Alex rennt aus dem Zimmer. So wäre es hier. Aber das ist aber ganz aus zwei Seelen, wenn eine. Das weiß ich nicht, warum. Aber ich habe dann immer so ein Bild im Kopf von einem Weg und einem Baum. Ein Weg und ein Baum. Also auf jeden Fall Weg und Baum. Du sollst diesen Weg gehen. Also das ist natürlich, du sollst diesen Weg gehen. Also du sollst weitergehen und nicht aufhören zu laufen. Vorwärts kommen, nach vorne geradeaus gehend. Das ist natürlich immer Weg. Baum steht natürlich immer für tief verwurzelt mit der Erde, mit Mutter Natur. Alt und lang und viel erlebt und weise. Dafür stehen immer die Bäume. Standhaftigkeit. Und ich glaube, das zeigt aber auch dich so ein bisschen, dass du wirklich gehen sollst. Deinen Weg gehen sollst. Bodenständig, wie du bist. Und auch verwurzelt bist mit vielen Thematiken. Und dann aus zwei Seelen werden eine. Das weiß ich nicht. Auch auf jeden Fall sagen, da kriege ich nicht wirklich eine Antwort. Also meine Zeit ist noch nicht gekommen. Habe ich auch schon bekommen. Also dass ich das wissen soll, warum. Dann lasse ich das halt auch so stehen. Weil ich frage dann auch nicht weiter. Das ist einfach, weiß ich nicht. Das sagt dann auch so. Ne, lass es einfach so stehen. Punkt. Sag mal, wenn du die Antwort kriegen sollst, willst du es schon kriegen. Wenn die Zeit reif ist, wird die Antwort schon kommen letzten Endes. Aber ich weiß auch, wo mein Weg hinführt. Habe ich schon gekriegt. Habe ich jetzt auch. Okay, ich bin gespannt, wenn du es sagen möchtest. Oder über eine E-Mail. Und das kann ich gerne. Wenn du es sagen möchtest, ja. Ansonsten privat dann. Natürlich. Ich gucke ja auch. Es soll jetzt keine Werbung sein. Also Unity. Unity. Kriege ich in meine E-Mail. Und da geht es immer um dieses Mediale. Gordon Smith habe ich letztens bekommen. Habe ich in Wien bekommen. Ja, Unity kriege ich auch in Werbung. Also Gordon Smith war schon sehr interessant, auch mal was anderes zu sehen. Weil, wie gesagt, Pascal Vorkenhofer gucke ich ja auch manchmal. Ja. Und es war schon sehr interessant. Aber immer wieder, egal wo ich bin, ich weiß, Internet vergisst nicht. Ja. Aber wenn ich wirklich einen Fernseher anschalte, kommt irgendwas mit über das Mediale. Okay. Ich habe nur dieses Thema, egal wo ich bin. Egal wo ich bin, komme ich immer auf diese Themengebiete hier. Egal wo, egal was. Es ist immer dieses komplette Thema. Ja, Internet verstehe ich es ja noch. Internet vergisst ja nicht. Da verstehe ich es ja noch. Aber Fernseher hat dann wieder nichts zu tun und Bäcker nicht und sowas. Und das ist dann immer der Punkt. Bei mir ist es auch egal, wo ich immer irgendwie bin, Buchhandlung, irgendwas ist immer. Immer in diesen kompletten Themenbereichen. Immer, 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 immer. Hatte ich heute auch im Einkaufszentrum. Ich war kurz im Einkaufszentrum. Der Weg zur Idealität. Bin ich an einem Buch vorbeigelaufen. Hab mal gedacht, schön. Ja, ich sag so, die, die, die geistige Welt, die gibt schon uns diese Infos und, und, und Hinweise. Die versucht uns schon so ein bisschen da so hinzuleiten. Nur wenn wir das nicht sehen. Ich glaube, die hauen schon drauf. Ja, die hauen schon drauf mit dem, mit dem, mit dem Hammer. Jetzt auch mal hier, in der Oberrin hier. Aber das machen die ja dann letzten Endes, ne? So, wenn, wenn du nicht sehen willst, dann musst du sehen, sehen lernen. Dann müssen wir dir das beibringen, das endlich zu erkennen und zu sehen. Ja, ich glaube, wir stehen uns manchmal selber im Weg. Mach, definitiv. Definitiv. Aber ich sag ja auch immer, alle Prozesse, die wir in unserem Leben hatten. Alle Scheiße, die bei mir in der Kindheit passiert ist. Im jungen Erwachsenenalter. Alle Phasen, die ich hatte von Jobwechsel, Ausbildungen, Weiterbildungen. Die haben alle einen Zweck erfüllt. Ich habe mich immer früher gefragt, warum, warum musste ich so viel machen? Warum musste ich so viel machen? Ich habe das nie verstanden, warum so viele Wege gewesen sind. Ich habe es irgendwann mal früher dann gecheckt, ne? Also, wenn man überlegst, ich habe zwei Jahre Zivildienst in der Psychiatrie gemacht. Heute finde ich es geil. Früher habe ich es gemacht, weil ich nicht zum Bund wollte. Dann habe ich Einzelhandelskaufmann gemacht. Dann war ich auf einer Handelsschule, Fernstudien gemacht. Dann habe ich Erwachsenebildung gemacht. Dann habe ich dann den IHK-Schein gemacht, ausgebildet. Und dann habe ich ganz oft andere Jobs noch hin und her geschoben. Dann habe ich dann irgendwann mal, hat mir die geistige Welt in Bandscheibenvorfall reingeknallt, dass ich zwei Jahre arbeitslos war. So richtig so, bam. Dann wurde, hey, scheiße, was du machst. Das ist nicht dein Weg. Und dann Vollzeitstudium, Heilpraktiker, Psychotherapie noch dabei, Medizin, Kursleitung. Und dann gab es eigentlich nur noch diese Themengebiete irgendwie. Und dann habe ich nur noch in diesem Themengebiet was gemacht. Und dann wurde ich irgendwie auch reingeprügelt. Irgendwie reingeprügelt. Jetzt aber. Jetzt mach mal. Du wolltest nicht hören, jetzt musst du schmerzhafter mal rübergehen in die Richtung. Ja, ich kenne das ja auch. Ich habe ja auch wirklich einzelne Erlebnisse mit dem älteren Herrn, was ich damals gesehen hatte, da der Bruder an der Straße lief, obwohl der dann gar nicht mehr da war. Meine Oma hatte ich mal gesehen. Aber das war halt, ja, das ist so. Ja, das war ja so gesehen im Nachhinein ist das ja auch schon wieder so. Hallo, wir hauen doch schon drauf. So nach dem Prinzip, so kommt mir das vor. Aber ja, ich schiebe das immer so ein bisschen auf die Seite. Ja, macht man automatisch. Macht man automatisch. Ich habe mich zum Beispiel immer gefragt früher, ich hatte immer in meinem Job immer Rückenschmerzen. Und durch die Bandscheibe bin ich immer wieder gekündigt worden. Und durch diese Kündigung habe ich wieder was anderes gemacht. Und das war alles irgendwie nur eine Vorbereitung. Also heute weiß ich, das ist alles nur Vorbereitung gewesen auf das, was ich jetzt hier immer wieder mache. Alles nur Vorbereitung. Du hast wirklich so richtig einen reingewirkt gekriegt. Und das erste Mal, ich glaube, wo ich die Bücher vom Fonghuber gelesen habe, ich glaube, die sind auch schon 15 Jahre her oder so. Aber da kannte ich ihn auch irgendwie schon. Und dann war auch schon mit Geistführer. Und irgendwie treffen sich alle Fäden mal wieder. Irgendwie treffen sich später die Fäden wieder. Ich hatte zwar einen Break gehabt, wo ich mich damit gar nicht beschäftigt habe. Von heute auf morgen, bam, Ende. Kenn ich. Aber in diesem Zeitraum habe ich viele neue Erfahrungen sammeln können, die ich heute wieder froh bin, diese zu haben letzten Endes. Und dann fand ich mal so Rhetorik mega geil. So Rhetorik-Kurse fand ich mega spannend. Und er wusste aber gar nicht, warum ich die spannend fand irgendwie. Jetzt heute weißt du es wieder. Und irgendwie heute hast du es kapiert irgendwie. Heute ergibt wieder eins und eins wieder so die Mathematik irgendwie. Dass alles so miteinander doch verpuzzelt ist irgendwie. Finde ich ganz interessant. Genau. Der Weg zum großen Ganzen, ne? Ja. Wie immer der große Ganze aussieht. Keine Ahnung. Ja, habe ich auch. Das ist immer so einzelne Bruchstücke. Dann einfach immer so. Ich habe mir auch früher immer gesagt, warum eigentlich immer, ich habe viel Negatives erfahren. Wahnsinnig viel Negatives. Und das ist auch immer so. Ja, du redest zwar mit mir, also jetzt so andere Personen. Ja, aber dieses Misstrauen ist immer da. Weil ich bin halt so ein Mensch, ich vertraue wirklich sehr, ja, sehr schlecht. Und da mache ich es dann doch und kriege dann wieder oben eine drauf. Kenne ich. Volle Kanne. Ich kriege dann immer oben eine drauf. Mhm. Und da habe ich mich schon so oft gefragt, warum. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich halt eine drauf kriege, ne? Also ich muss schon sagen, es zwingt mich keiner in die Knie. Will ich nicht. Mache ich nicht. Können Sie vergessen. Es macht halt einen immer stärker. Mhm. Definitiv. Du lernst auch draus, ne? Es sagt ja, was dich schwächt, macht dich nur stärker, ne? Ja. Das ist ja letzten Endes so. Manchmal brauchen wir schon 20 Anläufe, bis ich es mal kapiere. Wir gehen manchmal einen Schritt, müssen wir zurückgehen, um zwei wieder nach vorne zu gehen, letzten Endes. Genau. Wir müssen manchmal einfach einen auf die Fresse kriegen, damit wir wissen, wie schmerzhaft das war. Damit wir sagen, das wollen wir nicht mehr. Aber so sieht es ja letzten Endes aus. Da, ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Ich bin mal noch viele Jahre hier gespannt. Ich weiß auch nicht. Ich möchte dieses, diesen medialen Weg möchte ich weitergehen. Also nicht möchte, sondern ich werde. Krieg, wollte ich gerade sagen. Das war falsch, ne? Werde. Entschuldigung. Ich habe mich verbessert. Ich werde. Ich werde. Ja, werde. Werde ist der beste Weg. Werde ist der beste Weg. Genau. Und du auch, Marc, ne? Ach, wir ziehen das alle durch. Glaube, ne? Glaube, dann bist du. Wir ziehen das alle durch hier. Ich bin gespannt, wie die Reise wird. Ich bin gespannt. Es wird eine spannende Reise. Wird eine spannende Reise. Auf jeden Fall. Definitiv. Ey. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr, sehr gespannt. Primo. Und jetzt geht's ab ins Lagerfeuer. Jetzt gehen wir ins Lagerfeuer. Jetzt gehen wir uns anzünden. Was? Nein. Jetzt gehen wir uns alle anzünden. Nein. Ne? Letzte Lagerfeuer vor Weihnachten, Leute. Definitiv. Ich danke dir fürs liebe Gespräch, Delina. Ja. Ganz viel Liebe für dich. Ganz lieb gedrückt. Tschüss. 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 Auch immer spannend. Ich finde immer Paratalk immer spannend. So. Okay. Erst.